Ostern 2023, Kreuzigung, Christusbewusstsein und die Botschaft der Liebe und Hoffnung. Ein Beitrag von Tagesereignis An Ostern erinnern sich weltweit Christen an die Kreuzigung von Jesus und an die Opfer, die er für die Menschheit gebracht hat. Als zentrale Figur des Christentums hat Jesus durch seine Kreuzigung und Auferstehung eine neue Dimension der Spiritualität und des Bewusstseins geschaffen, das als Christusbewusstsein bekannt ist. Während seines irdischen Lebens lehrte Jesus die Menschen, ihre Feinde zu lieben, anderen zu vergeben und das Gute in jedem Menschen zu sehen, wobei sein Opfer am Kreuz die bedingungslose Liebe symbolisiert, die er für die gesamte Menschheit empfindet. Nach christlichem Glauben hat er durch sein Leiden am Kreuz die Sünden der Menschheit auf sich genommen. Das Christusbewusstsein, das durch Jesus verkörpert wurde, ist ein Zustand des Bewusstseins, der von Liebe, Frieden und Vergebung geprägt ist. Es geht darum, sich mit der höchsten Kraft im Universum zu verbinden und auf diese Weise zu einem höheren Bewusstseinszustand zu gelangen. Wir können uns dadurch mit unserer wahren Natur als göttliche Wesen verbinden und unsere volle spirituelle Kraft entfalten. In diesem Sinne erinnert uns die Kreuzigung von Jesus Christus daran, dass wir alle die Fähigkeit haben, bedingungslose Liebe und Hingabe zu sein, um unser höchstes spirituelles Potenzial zu erreichen. Wir können uns auf das Christusbewusstsein ausrichten, indem wir uns zum Beispiel auf die Praktiken der Meditation, des Gebets und der Vergebung konzentrieren, um unsere Verbindung zur höchsten Quelle zu stärken und unser Leben mit Frieden und Liebe zu erfüllen. Andererseits sehen wir durch das Ereignis der Kreuzigung aber auch, dass wir vor allen Dingen durch Opfer wachsen. Vater, in deine Hände begebe ich meinen Geist. Das sollen Jesus' letzten Worte gewesen sein, nachdem er vorher kurz zweifelte. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war ein großer Schritt für die Menschheit, denn er hat mit seinem zuletzt ausgesprochenen Vertrauen das Christusbewusstsein, eine spirituelle Energie, auf der Erde verankert. Was das bedeutet, versuche ich im Folgenden so zu erklären, wie ich es einst gelernt habe. Im Bewusstsein etlicher Religionen gibt es den Begriff der Initiationen. Es gibt verschiedene spirituelle Traditionen und Kulturen auf der Welt, die ähnliche Konzepte wie die Initiationen und die Idee der Seele haben, die sich durch spirituelle Entwicklung und Transformation weiterentwickelt. Einige dieser Traditionen und Kulturen können das Konzept der Initiationen auf unterschiedliche Weise darstellen, aber im Allgemeinen geht es darum, dass die Seele durch verschiedene Stufen der spirituellen Entwicklung und Bewusstwerdung geht. Der mystische Theologe Meister Eckhardt betrachtete die Jakobsleiter als eine Analogie zu den Initiationen und sprach davon, dass die Seele durch verschiedene Stufen des geistlichen Wachstums aufsteigt, um schließlich in Gott zu enden. Es handelt sich hierbei um eine Vision, die Jakob hatte, in der er eine Leiter sah, die vom Himmel bis zur Erde reichte, auf der Engel auf- und abstiegen. Es wird oft angenommen, dass dies eine Metapher für den spirituellen Weg und den Aufstieg der Seele ist, der es ermöglicht, eine tiefere Verbindung mit Gott zu erreichen. Es gibt in der Tat einige Parallelen und Ähnlichkeiten zwischen den Initiationen in der christlichen Mystik und Esoterik und anderen spirituellen Traditionen, einschließlich des Sophismus. Andere mystische Traditionen und Schriften verwenden ähnliche Konzepte und Bilder, um den spirituellen Weg zu beschreiben. Die göttlichen Initiationen Die erste Initiation wird oft als »Geburt des inneren Christus« oder »Wiedergeburt« bezeichnet, bei der die Seele beginnt, ein höheres Bewusstsein und eine tiefere Verbindung mit dem Göttlichen zu erfahren. Die zweite Initiation, die »Ktaufe des Heiligen Geistes«, wird manchmal als die zweite Initiation betrachtet und bezieht sich auf eine tiefere Einweihung in den Heiligen Geist. Die dritte Initiation wird oft als »Transfiguration« oder »Metamorphose« bezeichnet. Dass die Seele bei dieser Einweihung in das Herz des Menschen wandert und eine bessere Verbindung mit der Schöpfung ermöglicht, ist in verschiedenen Kulturen und spirituellen Traditionen zu finden. Im Hinduismus gibt es zum Beispiel die Idee des Badmann, das als die Essenz des Selbst betrachtet wird und das in jedem Wesen zu finden ist. Im Sophismus wird das Herz als Sitz der Seele betrachtet, und es wird angenommen, dass die Reinigung des Herzens dazu beiträgt, eine tiefere Verbindung mit Gott und der Schöpfung zu erreichen. Ab dieser Initiation gibt es keinen Weg mehr zurück, sondern nur noch nach vorn. Das bedeutet nicht, dass es leichter wird, ganz im Gegenteil, denn von nun an bekommt man, schließlich will man ja seine Blockaden loswerden, eine nach der anderen gezeigt und wird sie bearbeiten und loslassen müssen, bevor es allmählich weitergeht. In der hinduistischen Bhagavad-Gita erklärt Krishna dem Wagenlenker Arjuna, dass dieser das töten muss, was ihm am liebsten ist, einige nicht nutzbringende Eigenschaften, an die er sich so sehr gewöhnt hat. Die vierte Initiation, auch der Weg zur vierten Initiation ist nicht leicht. Denn bevor man sie erreichen kann, muss man seine größte Angst überwinden. Es gibt eine Phase, in der die Seele sich von Gott getrennt fühlt. Diese Erfahrung soll dazu dienen, das Ego und die Bindungen an die materielle Welt zu überwinden und eine tiefere Hingabe und Verbindung zu Gott zu erreichen. Die fünfte Initiation wird manchmal als Hochzeit des Lammes bezeichnet und soll die Seele in eine noch tiefere und vollständigere Vereinigung mit Gott bringen. Häufig kommt sie zusammen mit der vierten. Die sechste Initiation, die Transzendenz, soll die Seele in eine noch höhere Ebene der spirituellen Wahrnehmung und Freiheit bringen. Tatsächlich kommt mit jeder dieser Einweihungen, die von der Quelle selbst kommen, immer mehr Wissen. Es gibt gewissermaßen einen Download, aus dem man schöpfen kann und es gibt auch einen immer direkteren Draht über das höhere Selbst zur göttlichen Quelle. Bei der siebenten und letzten derzeit möglichen Initiation gehen das Ego und das höhere Selbst eine Verbindung ein, in der das Ego immer mehr zurücktritt, aber immer noch da ist, denn, wie der Körper, ist es eines unserer Vehikel, die wir auf dieser Erde benötigen. Aus diesem Menschen spricht immer mehr das höhere Selbst und immer weniger das Ego, das aber immer noch den freien Willen behält. Nur ist es jetzt viel leichter, der göttlichen Führung zu folgen. Auf einer materiellen Ebene sieht es so aus, dass das höhere Selbst sich vollständig im Körper des Menschen befindet, zum ersten Mal dessen Schmerz empfindet, durch dessen Augen sieht und am liebsten wieder dort sein möchte, wo es gerade hergekommen ist. Es leidet und zieht sich wochenlang zurück, sodass der Mensch sich zunächst ohne diese Führung völlig abgeschnitten wahrnimmt. Verlassen ist vielleicht der richtige Ausdruck. Der Mensch hat an dieser Stelle die Möglichkeit, die Erde zu verlassen und viele tun es, zum Beispiel über eine Krankheit. Wer hier durchhält, wird es nicht bereuen, denn danach entsteht eine wunderbare gegenseitige Verbindung. Dieser Mensch ist unter anderem in der Lage, Fragen zu beantworten, die er sich noch nicht einmal selbst gestellt hat. Und nein, es ist kein Channeling, es ist seine Natur. Er muss sich mit niemandem verbinden, er ist verbunden. Viele Veränderungen haben inzwischen auch in seinem Körper stattgefunden. So sind die unteren Chakren verschwunden und außer dem Herzen gibt es nur noch das Basis- und das Kronenchakra. Wir haben es Jesus Christus zu verdanken, dass dies alles möglich wurde. Dass wir so sehr wachsen können. Sein Opfer ermöglicht uns heute, dass wir die Stufenleiter viel höher klettern können, als es damals vor ungefähr 2000 Jahren möglich war. Wir sind weitergekommen als jemals zuvor. Ausgerechnet die letzten 100 Jahre gab es noch einmal einen großen Schritt nach oben und gerade heute ist die Sehnsucht nach einer neuen, friedlichen Zeit wieder sehr stark. Tatsächlich steigen wir stetig auf. Möglich ist das offenbar nur durch Opfer, die wir bringen müssen, so wie Jesus selbst das Opfer erbrachte, ans Kreuz genagelt zu werden, als es üblicher war, die Menschen nur an Querbalken zu fesseln. Sie wollten ihn besonders foltern. So wie Jesus sein Leben gegeben hat, müssen wir die vielen Stolpersteine beiseite räumen, die uns daran hindern, dass wir das Licht sehen, das zu jeder Zeit auf uns scheint. In diesem Sinne beinhaltet die vierte Initiation, wie auch in dem Buch »Nur mit dem Herzen sieht man gut« beschrieben, eine vollständige Hingabe an die Schöpfung und die göttliche Ordnung, indem der Mensch seinen Willen und seine Kontrolle an Gott übergibt. Es ist dies ein ultimativer Vertrauensbeweis, der nur dann möglich ist, wenn der Mensch alle Blockaden aus dem Weg geräumt hat, die ihn daran hindern, dazu fähig zu sein. So wird die vierte Initiation als eine Phase der totalen Hingabe an Gott und die Überwindung des Egos und der Blockaden, die uns daran hindern, uns vollständig Gott hinzugeben, betrachtet. Diese Hingabe wird oft als »Esterben des Egos« bezeichnet, auch wenn das Ego nicht wirklich stirbt, sondern allmählich nur immer mehr zurücktritt. Es ist unschwer zu erkennen, dass dies die Initiation war, die Jesus am Kreuz erreichte, während das Christusbewusstsein, das er verankerte, die siebente Initiation ist. Es gibt heute viele Menschen, die sich nach einer besseren Welt sehnen. Um den wahren inneren Frieden und die bedingungslose Liebe in sich selbst zu entdecken, ist es unerlässlich, die Blockaden zu entfernen, die uns bisher daran hinderten, in diese wunderschönen Energien einzutauchen. Wir wissen jetzt, dass wir zum ultimativen Vertrauen kommen können, der vierten Stufe auf der Leiter, die nach oben führt, ein Zustand, der völlig angstfrei macht, denn je höher man steigt, desto deutlicher ist die innere Stimme, die wir alle als Intuition kennen, die uns wissen lässt, dass es gut ausgeht, auch wenn es vielleicht gerade nicht danach aussieht. Hier hat die Angst keine Chance mehr, unsere Welt zu vergiften. Wir benötigen, wenn wir uns als Individuum weiterentwickeln wollen, nicht die anderen, wir brauchen dazu nicht das Kollektiv, sondern nur uns selbst und eine Menge Durchhaltevermögen. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis die komplette Menschheit auf der dritten Stufe angekommen ist, von der aus, wie ich glaube, der kollektive Aufstieg in eine neue Ebene des Bewusstseins möglich ist. Also ein Aufstieg der Schwingung aller Menschen und unserer Erde und auch des Universums, denn alles ist mit allem verbunden. Hier finden wir die Nächstenliebe und das Helfen ohne Erwartung von Gegenleistungen. Hier überwindet das Ego allmählich seine Selbstsucht und öffnet sich für die Bedürfnisse und Leiden anderer, egal, welche Hautfarbe, Nation, Religion, Kultur und auch egal, ob man die Person mag oder nicht. Die Veränderung, die wir uns wünschen, beginnt in uns selbst. Und wenn viele das Gleiche wollen und begreifen, dass der Geist über der Materie steht und uns damit die Macht gegeben wurde, ein Ziel gemeinsam zu erreichen, dann kann es sogar sehr schnell gehen. Wir dürfen die Verbindung nach innen auch dann nicht aufgeben, wenn es uns wieder besser gehen sollte, sonst war alles vergebens. Aber ich bin immer noch sicher, dass wir eine Hürde nach der anderen schaffen werden und es weiter aufwärts gehen wird. Wir sind schon weit gekommen. Auf der Seite metismedia.de bekommen Sie von uns für kurze Zeit noch ein besonderes Dankeschön. Es ist die gesprochene Ausgabe eines Buches, das vielen schon geholfen hat, durch die heutige Zeit zu kommen. Die genaue Adresse finden Sie im Textbeitrag. Dieses Buch wurde geschrieben, um den Menschen zu helfen, genau diese Blockaden zu bearbeiten, die in diesem Beitrag beschrieben wurden. Irgendwie müssen wir allmählich vorankommen und stärker werden als die Angst, mit der die Menschen immer wieder in ihren niederen Energien gehalten werden. Und nun noch etwas in eigener Sache. Unabhängiger Journalismus ist nur durch Sie, unsere Leser, möglich. Sie erhalten Tagesereignis sowohl in einer gesprochenen Version als auch als Video, zusammen mit dem Text. Das ist ein erheblicher Mehraufwand, aber wir machen das gern für Menschen, die lieber hören oder die aufgrund anderer Probleme die Beiträge nicht lesen können. Wenn Sie regelmäßig bei uns lesen oder hören, dann würde ein kleiner monatlicher Betrag ausreichen, um diese Seite zu erhalten. Vielen Dank, auch an alle, die bisher an uns gedacht haben. Sie haben die Seite damit am Leben erhalten. Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie unterhalb dieses Beitrags oder im Textbeitrag. Vielen herzlichen Dank.